so hallo und herzlich willkommen zur fünften aufnahme zu der partikel reihe ja heute möchte ich etwas ganz besonderes mit euch machen wir möchten ich möchte heute mit euch items als partikel verwenden ja wir möchten item als partikel verwenden kennen das bestimmt auch für den großen zauern wie high pixel etc die lauft und hinter euch spawnen einfach items auf dem boden die danach wieder verschwinden ja wir nehmen jetzt sowas mal als partikel sieht ganz lustig aus das ist halt eine kleinigkeit trotzdem wird ein bisschen ressourcen fressender sein als die normalen partikel deswegen geht damit vorsichtig um das sage ich jetzt anfangen ja und dann würde ich sagen legen wir direkt los aber wir werden dafür ein bisschen mehr arbeit braucht aber das kriegen wir schon hin fangen wir an als erstes müssen wir daran bedenken dass man die partie nicht auf dass man unsere items beziehungsweise wir nennen sie jetzt partikel partikel nicht aufheben soll also machen wir uns hier eine eine liste wo wir dann am ende die partikel eintragen die nicht genutzt werden sollen in diesen nicht aufgehoben werden sollen das machen wir insofern wir fragen einfach mal die uid des partikels ab weil die items haben auch einzelne uids deswegen nehmen wir public static string und nennen das item particles und das ist eine new arraylist auch aus dem string logischerweise das würde sonst keinen sinn geben so und damit hätten wir java utel und hier auch immer java utel aber hätten wir unsere liste jetzt wollen wir den partikel spawnen das wird jetzt schon ein bisschen komplizierter als erstes machen wir einfach haben public static void born item party hier da machen wir reintragen location log und was wollen wir noch machen wir wollen da den material m machen also das material und das würde ich sagen war es dann auch schon mehr brauchen wir nicht machen dann wollen wir es ja einfach eintragen welchen welches item wir spawnen erst so machen wir ganz einfach wir machen dann entity entity gleich bucket und spawn und dann machen wir hier spawnen hier zum beispiel particle und jetzt hier mal ach ne mal kurz muss drop drop item naturally so und das ist dann an der location und mit material m so ist es eine entity ist es die frau das ein entity ist ich hoffe mal nicht ich hoffe mal schon aber er sagt mir item stack ach okay machen wir oben drüber einfach item stack i gleich new item stack kann man m sollte reichen aber eigentlich importieren und machen wir hier so das klappt wir haben jetzt die entity jetzt können wir einfach e punkt get unique id und zu string ihr seht und das ganze machen wir einfach so es ist einfach hier rein das war ja wie hatten wir es genannt item particles machen wir einfach item particles und dann add und rein adden tun wir da in diesem fall da wird er gleich noch eine klammer brauchen so und dann ist unsere uid drin warum haue ich jetzt die uid von diesem gedroppten item da rein relativ einfach weil wir am ende wenn wir da rumlaufen und jetzt grad das nicht das item soll ja nicht aufgehoben werden können deswegen muss das da reingepackt werden damit wir abfragen können ob das item eventuell in dieser liste ist so und jetzt um das ganze wieder an cooldown zu setzen damit das der party hier auch despawned machen wir einfach bucket get scheduler a punkt schedules ähm sind ähm sind delay task ähm dann machen wir hier einfach ähm hier oben muss ihr dann rein youtube youtube.y das habt ihr schon in der anderen klasse gesehen das ist ja unsere main klasse das habt ihr ja in dem anderen tutorial schon gesehen ne so und hier machen wir einfach den neuen runable rein und hier wollen wir den delay sagen wir eine sekunde die sollen halt sehr schnell wieder despawnen weil es halt auch ähm server ressourcen frisst so und hier machen wir den einfach ähm e.remove ah wir fragen vorher ab if inhalt e aus dem zeichen original also wenn es nicht inhalt ist e.remove und ähm 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 genau und vorher aus dem item party jetzt rausnehmen so und dann remove remove dann in diesem fall remove ok so äh e.getunicoid point to string so das ganze werden wir auch gleich nochmal brauchen ähm weil wir müssen ähm auch falls zum beispiel der server gestoppt wird würden ja die partikel liegen bleiben und das wollen wir ja nicht das müssen wir auch nochmal gleich beheben das ist aber noch ne kleinigkeit so und damit hätten wir jetzt schon mal unsere spawnpartikel das ist jetzt ne kleinigkeit jetzt können wir zum beispiel ähm ähm äh machen wir in der partikel machen wir einfach ein neues item noch dazu ähm das ist auf start 1 äh gold items born gold items und dann nehmen wir hier ein ähm ähm ein gold nugget gold nugget gold nugget gold nugget gold nugget gold nugget da ist ein gold nugget und jetzt fragen wir hier wieder den disp ab wie wir es schon beim letzten mal hatten als if und der name ist in diesem fall und der name ist in diesem fall ein bisschen 6 und dann kommt gold items hin gold items und ähm hm jetzt ist lustig ähm dann machen wir es ähm äh wir wollen ja dieses spiel hier eintragen in die liste ähm machen wir einfach ähm spawn spawn particles und da kommt einfach da player rein ähm ja warum jetzt noch mal eine neue liste für das andere ähm relativ einfach ähm weil das ganze natürlich jetzt hier eine andere partikel ist und das können wir jetzt nicht hier über den effekt lösen ähm müssen wir das so lösen das könnt ihr aber halt mit eurer erfahrung die ihr vielleicht jetzt durch die tutorials habt ähm auch anders lösen ähm 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 gold items und hier müssen wir in particleutils.spawn und dann ähm 6 gold items activate äh gold items einfach gold items activate so und jetzt fragen wir einfach ähm ähm Partikelisten ab und ähm player move event ähm if particleutils.spawnpartikel.contains.b wenn ja dann soll er ähm ähm particleutils.spawnitempartikel dann pf.getlocation und add da wollen wir nämlich noch es adden 0,0,5,0 so dann wird das dazu geaddet das ist jetzt in ähm y 0,5 hoch und dann material gold nugget so und ähm der punkt ist aber dass wir wenn wir jetzt den server stoppen dann würden die liegen bleiben deswegen machen wir einfach ein ähm stop event äh also wenn wenn also beim undisable machen wir dann for ähm string äh for ähm entity e double punkt ähm bucket punkt get world ich mach jetzt in diesem fall die world world weil ich weiß dass es in der world world drin ist ansonsten müsste man durch die ganzen worlds gehen get entities äh get entities damit äh kriegen wir die entities aus dem ganzen raus und ähm können gleich dann darüber abfangen so da haben wir es ja und dann if ähm ähm particle utils und contains ähm 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 item particles und contains e point get unique id want to string und dann machen wir einfach e.remove und das war's dann schon weil die liste wird eh von sich ausgeleert so damit hätten wir die ganzen kamen der dratsch erstmal exportieren wir machen es hier ganz kleiner und brauchen wir einmal unseren server der liegt hier das plug-in da rein wir setzen reloaden hier noch auf dem server drauf und wir klären was weather hier das ist time set one so jetzt haben wir hier noch unseren blaze powder vom letzten mal mit unserem party im inventar und ihr seht yay wir haben hinter uns solche fontänen aus kleinen nuggets die aber nach kurzer zeit wieder verschwinden aber ihr seht noch wir heben die jetzt gerade auf was ich ganz vergessen habe die laufen zwar richtig cool hinter einem her aber wir heben die noch auf ähm warum heben wir die noch auf relativ einfach ähm das kann ich so erklären weil wir eigentlich noch gar nicht das in die partikel ist oder was geändert haben nämlich wir müssen noch ein add event händler public world on a player pick up item event e so ähm if nochmal e.get item apa ist ente w mich die agenda 尺 so dann müssen wir vorher irgendwas reinschreiben if ParticleUtils.itemParticles.contains und dann schreiben wir den e.getItem getUnicleId zu den wenn ja dann e.getCancelTrue so damit hätten wir schon unsere ganze Geschichte überarbeitet also wenn der in der ItemParticles drin ist also wenn das e.getItem.getUnicleId also die ID zum String in ItemParticles enthalten ist wird das ganze gecancelt das ganze explodieren wir einmal kurz für uns und dann laden wir das mal irgendwo rein setzen und wir reloaden wir machen einmal Clear und wir nehmen uns einfach einmal unsere Sachen die wir vom letzten Mal nochmal brauchten und gehen wieder in Game Mode 0 wählen die Gold Nuggets aus und ihr seht sie spawnen aber ich kann sie nicht aufheben und jetzt können wir einfach hier rumlaufen und wir haben coole Gold Items hinter uns und ihr wollt jetzt dass sie länger da bleiben als eine Sekunde kein Problem das kriegen wir auch hin wir können einfach jetzt mal hier auf die ParticleUtils gehen und machen hier unten einfach auf statt 20 Sekunden äh statt 20 Ticks machen wir 40 Ticks das sind dann 2 Sekunden und damit bleiben wir in 2 Sekunden jetzt wollen wir das noch ein bisschen lustiger machen wir wollen ja nicht nur Gold Nuggets machen sondern wir haben ja Gold Dings gemacht deswegen machen wir uns ein Random äh machen wir Random RND gleich New RANDOM ähm Java RANDOM solltet ihr vielleicht schon kennen wenn nicht ähm relativ einfaches System ähm wir machen uns jetzt einfach hier ein Int ähm id gleich rnd.nextint und dann sagen wir wir möchten 3 Möglichkeiten haben und fragen wir ab if ähm id gleich gleich 0 weil die erste Zahl ist 0 die er ausspucken wird als if ähm id gleich gleich 1 und sonst und sonst soll er das machen so damit haben wir jetzt 3 Möglichkeiten darin kopieren wir jetzt mal unsere kleinen ganzen Particle-Effekts und dann hätten wir Gold Nugget machen wir noch Gold Inget Inget und was können wir noch raushauen Gold Barding Block Gold Block sieht auch so aus so und damit haben wir jetzt 3 unterschiedliche Sachen die jetzt ineinander spawnen die wir auch eigentlich aufheben können die auch länger da bleiben das ganze können wir ja einfach mal testen ähm packen wir Plugins rein kompielen und gesessen reloaden den Server gehen nochmal auf den Server drauf bis jetzt spawnt ihr nichts Gold Items und ihr seht er spawnt alles solange im ineinander sieht lustig aus ja dem es gefällt natürlich könnt ihr das mit dem Randall verändern wir können jetzt auch die Chancen natürlich verändern das ist ja eine Kleinigkeit wenn ihr jetzt sagt okay ich möchte viel mehr Gold Nuggets haben dann sagt ihr einfach ihr macht jetzt hier zum Beispiel 10 draus und ähm macht ihr fragt ihr ab kleiner gleich 8 9 9 und sonst äh ach ne war kurz es muss keiner nennen 7 kleiner nennen 7 das ist 8 und das ist 9 weil ja so soll es gehen wir sollten jetzt gleich ganz wenig im engensten sowas spawnen das ganze kann ich ja nochmal exportieren hier weil ich das gerade schon ich explodiere es nochmal ich habe es gerade nicht explodiert ja und dann könnt ihr solche ähm kleinen Partie Effekte hier rum basteln aus Items auch ne lustige Geschichte wem es gefällt wem es nicht gefällt es halt die ihm selbst überlassen spawnt hat nichts wie ihr jetzt seht jetzt sind es hier deutlich mehr Nuggets und ab und zu mal diese Blöcke ja und ihr seht auch die bleiben jetzt viel länger bestehen aber die spawnen auch wenn ich mich jetzt so drehe das ganze könnt ihr ja wieder über diese Location abfragen wie bei unseren ersten Partikel lösen ja und ähm das war dann mein heutiges Tutorial ich kann jetzt über meinen Game with One gehen das sieht lustig aus wahrscheinlich ja genau ähm das ist mein heutiges Tutorial für euch gewesen und ähm ich würde sagen wir sehen uns ähm dann beim nächsten Tutorial mal sehen was ich da machen werde vielleicht wird es wieder so ein Partikel Effekt wie die Helix geben vielleicht werden wir auch einfach mal so ein ja so ein Ball aus Partikel machen mal sehen heute gab es auf jeden Fall diese coolen ganz coolen Gold Partikel die ihr aber auch selbst erstellen könnt und ändern könnt ihr könnt das auch mit Redstone Sachen machen und allem möglichen Kram jetzt seht die verschwinden von selbst ja und das das ganze wenn ihr jetzt gucken wollt ähm der spawnen jetzt die ganze Zeit wenn ich jetzt Reload eingebe sind die auch automatisch weg was wir ja vorhin gemacht haben ja das wollte ich nur noch einmal reinhauen ja und äh dann bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal